Ja und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. Ich bin jetzt mal hier wieder in dieses Dorf hier rein und habe mir den Weg freigemacht und jetzt können wir hier weitermachen. Da oben ist es einer Bosskampf. Wir könnten uns jetzt unten noch ein bisschen umsehen. Ob wir hier noch interessante Dinge finden. Hier ist es mal weniger interessant. Also keine Sorge, ich drücke mich jetzt nicht vor diesen Bosskampf. Erst mal umsehen. Okay, dead end hier. Oben geht es auch weiter. Oh, da oben waren wir schon. Ah. Da haben wir was. Wir wünschen uns Stärke. Wir stellen die unsere in deinen Dienst. Du bist klug, dich mir anzuschließen. Sag deinen Abweichlern, dass ich keinen Platz für sie habe. Sie haben sich gegen mich gestellt. Darum bleibt ihnen jetzt nur noch der Tod. Mehr. Brennladung gebaut. Ich hoffe, Herr, bewegt dich nicht. Mehr. Dankeschön. Okay, was haben wir hier? Auch wieder was zum Scannen. Hast du was? Sehen wir uns das mal an. Öh, okay. Komm doch. Sag mal hallo. Alter. Alter. Oh, noch mehr. Fuck. Hilf mir, BD. Alter. BD. Nein. Alter. Ich habe gegen Droiden abgekackt. Ich glaube, dieses eine super heftige Schwert ist nicht so mein Kampfstil. Wir werden das ändern. Also Blaster und Lichtschwert ist geil. Aber hier, Kampfstil wechseln. Ich glaube, wir machen zwei Schwerter. Oder was ist denn die höchste Geschwindigkeit? Doch, zwei Schwerter. Ähm, da ging es rein. Zu der Le. Auf ein neues. Komm doch. Ich habe schon Schlimmeres überlebt. Komm runter. Nice. Ah! 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 Nimm das! Sie müssen sterben. Ah! Geil. Und die nächsten. Oh, mein Gott. 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 Diesmal nicht. Oh, mein Gott. Wo bist du? So, dann wären wir hier fertig. Scheiß Teil, ey. Hat sich das gelohnt, dass wir jetzt hier hinten irgendwas Tolles finden? Hallo? Hey, ein Schaden festgestellt. Wir sollten es vormichtig sein. Bist du blind? Okay, die Stim-Heilung, die muss verbessert werden. Ja, schöner Schuss. Okay, die sind für später mal. Bauen wir eine Kiste. Oh. Dankeschön. So, komm, mach die Kiste auf. So, Bomberhemd. Ansonsten irgendwas übersehen hier. Nö. Was ist das hier? Achso, Navigationshilfe. Gut, dann gehen wir nach hinten weiter. Dann muss man da oben vier Goodies haben. Ja, mehr Droiden. Ah ja, war ja klar. Oh, ihr seid mutig, dass ihr nicht weglauft. Gut. Was? Nein. Sind die unten? Machen wir erstmal hier mal gucken. Eine B2-Einheit. Ich sehe etwas. Ein Jedi. Nee? Nein. Dieser Kampf ist vorbei. Nein. Jetzt ist er vorbei. Okay. Ah, da ist unser Bosskampf, wo wir noch hin müssen. Moin. Alle. Weg hier. Nice. Und? Stehst du auf? Ja. Sehr gut. Ansonsten hier nichts Spezielles. Da hinten geht es noch weiter. Das schaut aber nach einem größeren Gebiet aus. Hm, da oben hat es auch noch so mehr dieses Hutspunkt. Hm, 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 hm. Wolle ich noch da hinten erstmal weitergehen? Oh, hi. Geil. Okay. Machen wir mal den Bosskampf. Gibt es da einen schnellen Weg rüber? Nee. Moin. Alter, was? Ey, mal voll vorbei. Gut, doch. Oh, was? Wir sind jetzt auch hier unten? Na, fuck. Nein, 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 nein. Ah, fuck. Das war Versuch Nummer zwei. Hoffentlich klappt es bei Versuch Nummer drei. Das wäre sehr schön. Oh, yes. Ich bin doch direkt wieder hier. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Ich sehe dich. Ich stehe auch. So. Komm mal auf das hier. So, ich will euch nicht da unten haben. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Er kann nicht alles ablocken, oder? Das meiste. Ich eröffne das Feuer. Gut. Das hat ganz viel Spaß nochmal. Fuck. Nein, 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 nein. Na, der hat auch wieder so einen Mega-Finisher. Ach, Mann. Gut. Einmal noch. Ähm. Machen wir damit zwei Schwertern. So, zwei Schwerter. Bin doch. Ja, komm her. Ja. Fuck. Ähm. Fuck. Fuck, 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 fuck. Alla, geh weg. Weg, 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 weg. Nein, fuck. Stimmt. Fuck. Na, okay. Okay, ich hab keinen Bock auf den Typen. Wir machen weiter mit der Story. Ach, Mann. Und auf jeden Fall werde ich doch nochmal kurz eine Sache ändern. Ähm, Kampfstile. Ich glaub, vielleicht machen wir doch maximal Schaden hier. Auch wenn's jetzt so mein Hauptding ist. So, komm. Na ja. Na ja, mein Stress. ouch hallo a la fuck Okay, gut, äh, ja, lass mich mal in Ruhe, ja, nutz mal das Seil hier, ja, doch, da unten, abwarten Nein, 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 alles, okay, danke, 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 danke Nice Okay, hoffen wir, dass der Vogel jetzt weg ist Der Vogel ist noch da Gut, meditieren Yes, er ist weggeflogen Ausruhen, wir stimmen Noch eine Flug-Action Na dann Geht er nicht verkacken Oh, krass Ähm Sehr gut Oh, was zum Oh, krass Der Kopfkaltjäger. Die Axiomroth hat uns gefunden. Versuch doch nicht zu fangen! Alla. Das hat bestimmt wehgetan. Stop! Oh, geil! Das ging jetzt schneller als gedacht. Oh, das war toll! Ich bin Cage Vanda. Dieser Schlammwühler hat am Außenposten deine Spur aufgenommen. Kel, du hast uns wohl beobachtet. Das haben wir doch alle, Kel. Nicht jeder Neuankömmling stellt sich vor, indem er einen von Ravis' bösen Jungs den Garaus macht. Ganz nebenbei echt stark. Ich liebe große Auftritte. Danke. Und was willst du? Na, was ich will, Kel, ist dich zu belohnen für jeden von denen, den du erledigt hast. Bist nicht der Einzige, der noch Kobo gekommen ist, um Frieden und Ruhe zu finden. Nimm dir den Kopfkaltjägern ab. Und ich gebe dir dafür etwas... Hübsches. Er gehörte also zu Axiombrot. Es werden noch mehr unterwegs sein. Du hast es erfasst. Kannst dich echt glücklich schätzen, dass meine Augen und Ohren überall sind. Komm zum Saloon. Dann helfe ich dir, den Jägern zuvor zu kommen. Na gut. Ich überleg's mir. Ja, alles klar. Dann nächster Haltern irgendwann mal Saloon. Ja, echt wahr. So. Kopfgelder freigeschaltet. Kopfgelder können... Hm, so weit. Klar. Legitärer Kopfgelderjäger. Okay. Komm schon, Kumpel. Wir müssen immer noch dergends Zuflucht finden. Ah, das ist wieder was für eine Kugel. Spüre den Planeten und alles, was mit ihm verbunden ist. Und dann greife nach ihm. Ich denke, ich... Da! Warum? Ich hab's gespürt. Genauso sehr gut, Padawan. Ich kann es da oben nicht anvisieren. Muss ich das vielleicht mit ihm hier machen? Äh, schräg. Wir lassen irgendwas übersehen. Oben ist auch am rumläuten. Ah, warte mal. Ah, Nutzkugeln. Alter. Oh, da fetzt halt schon. Noch eine Knutschkugel. Komm her. Und da geht's auch nach oben. Da geht's nicht weiter. Hier könnte ich fliegen. Hello. Du bist tot. Muss ich nach da oben? Nö. Also, geh mal da rauf. Halt. Weiter rauf. Hopp, hopp, hopp. Ah. Warum funktioniert dieser Schraub nicht? Vielleicht sollte ich das blöde Ding einfach zerlegen. Hm. Kann ich da irgendwie... Da komm ich nicht rein. Wie krieg ich diese blöde Kugel hier? Muss das drehen können? Hm. Ich seh die Lösung aktuell noch nicht. Hm. Hm. Ja, dann komme ich erstmal nicht weiter. Jetzt tun wir uns wieder die Flugdinger. Da unten kriege ich keine Kugel. Jetzt tun wir uns mal heilen. Wir fliegen da rüber. Ja, moin. Äh, da hin, bitte, danke. Das muss die Stelle sein, von der Cordova gesprochen hat. Okay. Also. Ja, okay, wir schauen uns hier erstmal um. Links, rechts. Äh, eher noch links. So, und hier nach oben. Mois. Das war sehr schräg, das Schiff. Äh, okay. Wait a moment. Kann ich das? Kann ich das vielleicht dann so ausrichten, dass er da... Ne, es macht keinen Sinn von da hinten. So, wir springen einmal da rüber. was mich raten, bei dir ist es dann wieder zurückfliegen. Nein, da rüber. Okay. Okay. Das Kiste holen wir uns. Komm, 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 komm. Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Oh, Scheiße. Was macht ihr hier? Und eine neue Pflanze. Okay. Tötele, aufmachen, bitte. Wir sind ausgesperrt. Okay, wieder sowas. Ähm, komm ich da... Nein, vermutlich nicht. So. Komm, nehm ich mit. Hier hin. Nein, 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 nein. Quit. Und retour. Oh, hin. Da bin ich wieder. Und hier nochmal die Wanderübung. Sehr nice. Magic Kugel hier drin. Oh, ne, aber Droiden. Und irgendwas anderes. Willkommen, Jedi. Ist das Centauri Kree? Hm. Was mache ich mit dir? Alles klar. Was genau bewegt das? Ist das so ein Zeitding? Aha. Hä? Und vor allem, warum kann ich hier rein? Was bringt mir das? Ich glaube, ich muss das hier irgendwie auflösen. Ach, du kommst hier wegen dem nicht weiter. Hier werdet ihr lernen, Kobo-Materie zu beherrschen, um euch so auf den Weg durch den Addis-Fort zu bereiten. Aber im Erfolg werdet ihr auch eine Nachschwerte der Verbindung zur Macht finden. Okay, und du musst mal da unten. Das heißt, hier kann man jetzt von dir die Kugel holen. Lasst euch von eurer Verbindung zur Macht zu unserem gemeinsamen Ziel führen. Tanelor. Centauri Kree hat Jedi auf die Reise durch den Abyss vorbereitet. Bringt das was, dass du da oben drin bist? Da wäre noch was. Äh, das hole ich mir noch. Das ist so offensichtlich. Hallo, weiter nach hinten, wo der rechte ist. Ich verstehe, Meister. Darf ich jetzt gehen? Musst du irgendwo hin? Na gut, aber komm danach wieder. Danke. Natürlich. So, Zauberkugel. Komm mit. Na, jetzt muss ich dich nur noch auf das eine Teil da bringen. Kann ich da irgendwie... Yes. Gut, aktiv. Was mache ich jetzt mit dir? Ah. I see. Denkst du, mit dem Aufhören kommen wir rüber? Kann ich da noch mehr irgendwie machen? Ja, ich kann es nicht weiter in die andere Richtung drehen. Diese Kugel bräuchte ich da hinten. Wie würde ich das hinkriegen? Das ist irgendwie so eine Rolljump-Action. Hm. Wie kriege ich die Kugel da hin? Hey, da bleiben. So wirklich weit werfen, ist ja, glaube ich, keine Option. Ich probiere das mal. So, die Kugel ist jetzt hier drin. Ey, bleib da. Ey, wo ist die Kugel hin? Ohla. Nehme die Kugel. Ich muss das da rüberkriegen. So, Kugel, du kommst mal da hin. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Kugel. Nein, ich habe die Kugel verloren. Warum kann ich da runtersliden? Warum kann ich das hier machen? Was ist da? Hä, Moment. Oder immer schon nach unten. Nee. Das ist nicht der Weg, um zu gehen. Aber nach oben kann ich hier auch nicht. Warum sollte ich? Wieso hat es das hier? Okay. Verstehe ich nicht. Und das mit der Kugel geht halt auch nicht auf. Keine Chance, dass ich das... Ja, gut, anders als wie weit kann ich das werfen? Nicht weit. Okay. Guck mal, Junge. Wir machen mal einen Abflug hier. Ah, wir werden da unten erst mal einen Zwischenstopp machen. Alter. Ich werde sie Kandidaten von dieser Desk auslesen. Na, BD, komm. Guck mal, hacken. Oh, da unten ist ja nochmal... Unter die Ebene. Alles klar. Was willst du scannen? Hä? Ah, jetzt. Und ein Mal der Ralf. Und zweites Mal. Der ohne Mo. Aufwind, 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 aufwind. Oh, da muss ich mehrmals rein. Ähm... Aufwind? Darüber. Komm, 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 komm. Okay, da haben wir auch wieder so einen Powerstrahl hier hinten. Und da können wir wieder wegfliegen. Ich wäre gerne auch da oben. Gut. Was haben wir hier für Secrets? Moin. Na? Kriegst du das überhaupt hier rüber? Lol. Gut. Weiter geht's. Ja, natürlich. Fuck. Ich brauche uns dem. Hey, komm. Okay. Okay. Mhm. Alter. Nee, komm mit. Okay. Ja, ich hoffe halt weniger Feinde. Komm ich da irgendwie rein. Wie kann ich dich steuern? Hat das gerade was? Ah. Hä, was? Okay, probieren wir es aus. Koba zerkleinerer. Äh, wie der 1 kann jetzt Koba-Materie auf Oberflächen sprühen. Die Koba-Materie aufstrahlen aus Koba-Resonatoren im Hindernis zu verbrennen, die Karsweg blockieren. Was? Wir glauben, dass die Kobo-Materie aus den Tiefen des Abyss stammt. Diese seltsame Substanz ist mysteriös, aber wir können sie durchaus studieren und manipulieren. Wie auch bei allem anderen. Sobald wir es verstehen, können wir es benutzen und kontrollieren. Ja, wird das jetzt hier irgendwie kaputt, oder? Ich habe die Kobo-Materie und den Abyss stattgefunden. Ich habe Dägen es so bis nach Tenanor geschafft. Hä? Das war jetzt hier... Hinweisfragen. Ah. So. Und dann so rüber. Das heißt, ich konnte es dann hier so steuern. Ah, und so kriege ich das auch in der anderen Kamera hin. Ah, eine Kamera. Kamera. Okay, cool. Das ist nice. Und Handy macht schon wieder Blödsinn. Das heißt dann hier das gleiche Spiel. Wo warst du drin? Hier, ja. Ja. So, dann, ähm... Verblitzert was. Hm. Ich habe aber so eine Idee. So geht. Das war nicht ausreichend. Komm, da rüber. Äh, wieso klebst du da nicht? Hm. Oder nach unten? So, und jetzt das oder auch? Wieso geht das nicht weiter? Naja, was soll's? Wir müssen da nach rechts. Zusammen können die Republik und der Orden der Jedi die Geheimnisse dieser Galaxis entziffern und sie für das große Ganze nutzen. Die Macht weist uns den Weg. Klingt nach dem Orden, an den ich mich erinnere. Alles, was Kree hier gebaut hat, wurde durch eine Katastrophe zerstört, die sie nicht vorhersehen konnte. Manchmal scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Wer öfter so denkt. Nice. Wer macht? Und hier geht's nicht weiter. Alles klar. Dann glaube ich, haben wir erstmal... Nein, wir haben nicht alles gesehen. Da oben kann ich auch noch eine Kugel hintun. Moment mal, ich muss die Kugel hier mitnehmen. Da war ja draußen was. Nein. Kugel, komm mal mit. Kann ich dich da oben irgendwie parkieren? Oder da oben? Ach komm, bleib da oben. Kugel, bist du doof. Dann bitte da oben. Dankeschön. Ernsthaft jetzt? Kugel, komm her. Und dann bitte nach da hinten. Komm her. Ein Mord zu dem Teil. Agieren. Ah. Noch einer freigemacht. Wir müssen jetzt auf dem Aufwind zur anderen Seite gelangen können. Cool, ich kann jetzt noch da hinten schießen. Ähm, zu dem... Warte mal, ich... Was sieht's jetzt so schlecht? Ich glaube, irgendwo da hinten war das. Lass mir das mal so. Einmal fliegen, bitte. Ohne abzustützen. Hä? Was ist das denn? Wo denn? Was denn? Was denn? Ach jetzt. Ach, da oben. Okay. So, Aufwindung 1. Und Nummer 2. Komm, da rüber, da rüber, da rüber, da rüber. Wie seid ihr dahergekommen? Oh, okay. Oh, doch, will ich schon sagen. Okay. Okay. Nice. Ah, okay. Das ist zum Wegätzen hier. Äh, sch... Ja. Mal wieder. Ha! Nicht mit mir. Trotzdem. Wie seid ihr hier hochgekommen? Könnt ihr nicht so geil fliegen wie ich. Oh, yes. Google. Ja, damit. Willkommen, Jedi. Feinde des Friedens bedrohen die Grenze der Galaxis und unsere Republik. Sobald wir den Abyss durchqueren, könnte Tenalore eine Bastion gegen diese Bedrohung werden. Ein Signal der Hoffnung und Gerechtigkeit im Outer Rim. Tenalore war für sie mehr als eine Mission. Es war der Traum einer besseren Zukunft. Ja, toll. Wie kriege ich diese Kugel weg? Ähm. Wenn hier das Tor zugeht. Das ist ja mal... ...ultrakacki. Wendet sich hier irgendwas anderes? Nee. Ah! I see. Ich seh die Lösung. Mit dem Teil werden wir das Tor versperren. Komm her, so wir. Bitte nicht auf mich rauf. Ja. Das müsste gehen. Hahaha. Und jetzt du. Das sollte reichen. So, bitte. Einmal sprüchen, bitte. Mois. Dankeschön. Sehr gut. Ähm... Musst man das noch... Achso, ja. Wir brauchen die Kugel da hinten. An der Stelle mal die Frage... Wie kriege ich da die Kugel raus? Ah! I see. Langsam sorge ich mich um das Projekt. Es steht uns nicht zu, zu zweifeln. Selbst die Padawans spüren, dass etwas nicht stimmt. So, das müsste ich ja drehen können eigentlich, ne? Oder auch nicht. Ähm... Wie kriege ich dich dann kaputt? Äh... Okay. Oder warte mal. Kannst du vielleicht umdenken? Das war jetzt selten dämlich. Ja... Geil. Ähm... 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 Fuck? Ja... Okay. Ich würde sagen... An der Stelle habe ich offiziell verkehrt. Ja, ähm... Keine Möglichkeit damit rauszukommen. Ich glaube, da darf ich nochmal... Achso. Hm. Danke. Game Designer. Da hat mir jemand mitgedacht. Dass vielleicht jemand so doof ist wie ich. So. Ah... So. Und kann ich jetzt? Warte mal. Idee. Ne. Idee. Einmal sprühen. Geht das? Warum? Warum geht das nicht weiter? Komm jetzt. Da verbinden. Yes. So, Google. Komm mit. Sehr geil. Okay. Ah, da unten. Jetzt können wir nach oben. So, was los? Besten Dank. Gut. Also nächste Station. Zudem da oben. Und das schaut richtig schön aus. Da hat der Tempel da oben. Aber das sehen wir uns nicht mal in dieser Episode an. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, dann ist es gar kein Name Mitglied und unterstützt mich da. Und dann kriegt ihr auch alle Episoden im Vorhinein. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Video und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.